Gute Leute und Willkommen zu einem Video mit der Lea Ja und heute sind wir auf dem Server Grief.eu und ich meine kleine Server-Vorstellung ich hab schon den YouTuber-Rang bekommen, den bekommt man hier ab 250 Abos Kommt auf den Server jetzt! Auf geht es jetzt schon hin und bei den vollen Gewinnspielen mitmachen Richtig, man kann nämlich beim Gewinnspiel machen indem man fünf Stunden Onlinezeit hat und dann muss man auf diesen Link gehen und dann kann man das aber nicht schlecht zu machen, die für schon sehr noch mal die vier Stunden AFK geht aber spielt bitte bitte und wenn ich ein Gewinn würde, dann würde ich den euch verlosen für zum Beispiel für 100 Abospechen oder vielleicht auch selber anwenden ok, was ich hier schon gleich entdeckt habe hier gibt so eine Screenbox kannst du reingehen, dann können irgendwelche Leute rein komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein und danke Oh, ja! Naja! du musst auf das Schild klicken man muss auf das Schild klicken muss man ein Screen machen zum Beispiel und dann juni und hat ein Stückchen Cosima schon mal So wir gehen jetzt in Gang Essigen rein wenn ich sage?" wir", dann meine ich sie und mich und nicht nur mich alleine 50 nur auf dem Weg aber steht das auch zu wenig weil das muss zu wenig Oh die Map kenne ich sogar was ist das Sinn von Garnier? dass man dann upgradet seine Waffen wenn man jemanden tötet komm her zum Beispiel ja komm zu mir ja richtig was hast du jetzt zum Beispiel für ein Upgrade? ein Schwert habe ich jetzt jetzt habe ich einen Herrlen jetzt habe ich einen Brustpanzer x so much range x wie sieht es hier so eiskalt aus? ich lasse mich hier nicht so demütigen ich habe übrigens ein Namensschild damit kann ich meinen Namen ändern das heißt zum Beispiel Sign Knuckle Joe als ob als ob jetzt nicht mehr woher hast du den Namensschild? ja weil ich YouTuberan habe ich finde es echt schön gemacht und es gibt noch ein Feature und weiteres also es ist dann falls ihr nicht sehr viel YouTuber seid richtig dass ihr zu viele Abos habt die euch nachlaufen gibt es noch diese richtig ja wie ihr alle weghauen könnt mhm oder ich vermute jetzt mal einen seinen Namen an das ist dann dann ist das wie weiter geflogen ist der eine komm her ich finde es lustig stört es mich jetzt in Abgrund ich sehe nur links diesen diesen Mittelfinger ich sehe nur links den Mittelfinger ja genau schau ihn dir an ja kurz zu erklären ich habe derselben Bild mit dem Mittelfinger als CS-Proflug und wir reden hier gerade über das sehr schöne Grief EU Grief von EU genau dieselbe wie die Server-IP über das Ziel richtig die ihr sehr wahrscheinlich noch nicht treffen werdet falls ihr irgendetwas Fragen haben solltet nein auf dich will keiner treffen ok nein Spaß und das sind jetzt nicht schon wie viel zwei Stunden am Labern Warte wieder Laren schon eine Stunde 47 Minuten so also seit so lang bin ich schon hier und ja zwei Stunden ok ok wir haben jetzt einen Spielmodus entdeckt der heißt fast Wisch geht einfach mal rein sieht interessant aus wahrscheinlich muss man hier fast flütschen was ich gar nicht gut kann oh mein Gott in welchen Bisschen eins probier nichts mehr aus ok Leute wenn euch das Video gefallen hat dann lass doch mal ein Like da schaut bei dir vorbei ja oder ich zwinge deine Leute nicht zu mir zu kommen der Link ist in der Beschreibung wenn es sich wieder verlassen hat Daumen hoch bis dann Ciao bis dann bis dann Bis zum nächsten Mal.